Okay, jetzt hab ich Kaffee wieder ins Game rein, so, zack, wuuu! Ich hab nur die Aufnahme gestaltet. Ja, ich auch nicht. Okay, ich hab 2.000 reizt. Ja, ich hab das irgendwann mal auf Konsole gespielt. Nein, ich hab sogar mit David Club, ich hab sogar Kuchen gespielt, aber ich hab keine Ahnung mehr. Okay, wer hat den Bini-Rot oder Blau? Ich hoffe, ich bin Blau. Blau ist cooler. Du bist bestimmt Blau. Jawohl. Okay, nah, der traut mir nix, der schaut uns in Badesch aus. Himmel, Kaufmann! Das bringt doch nichts! Ich will nach hinten, ich will nach hinten lassen. Hast du Sprach Deutsch eigentlich? Ja, Deutsch. Hörn Sie mich? Edge Englisch? Haben Sie es gefunden? Kunden? Sag, ich weiß nicht, wonach wir suchen. Ich glaube, es ist eine Absicht, die uns in Badesch heißt. Ich glaube, dass die überleben werden. Hörn Sie es! Hörn Sie es! Hörn Sie es! Wir müssen dort hin! Oder an! Oder an! Dann! Den Wegpunkt folgen! Die folgen wir seit 3 Stunden und haben nur nochmal nichts gefunden! Hörn Sie es! Hörn Sie es! Okay, ich bin blau! Achso! Ich habe kein Munition! Okay! Drücke und halte B! Für was? Achso! Ja ja! Das ist ziemlich aufsichtig! Äh, toll! Mit dem Stiff machst du mich! Ah! Hast du jetzt gemacht? Habe ich irgendwas gemacht? Nein, ich habe bloß B gedrückt! Wo müssen wir denn hin? Kommst du? Ja! Ja! Wo bist du denn? Ja! Wo ist denn... Wo geht denn der hin? Ach, da ist doch der Weg! Schau! Da lang! Wie wird da eine Erregung mit sein? Wie springt die? Ach, shit! Ich habe sie springt! Okay, wir haben nichts! Ist es freundlich feinkratiert? Äh, weiß ich nicht! Scheiße! Ich hätte vielleicht die Sensitivität einstellen sollen! Ach, gebt mir Spaß! Okay! Kann man irgendwas? Ah, das ist stampfen! Okay! Ja, wie stampfst du? Auf Leertaste! Ich wollte springen! Springen kann man nicht! Oh, wir können rennen! Geil! Ich will die ganze Zeit springen! Warte mal! Einstellungen... Wieder eine... Na... Steuerung... Was machst du? Um Mausen... Ich stelle gerade die Mausenplettigkeit runter! Auf wie viel stellst du sie? Pfff, keine Ahnung! Sowieso, dass sie sich eh nachfühlt wie bei Counter-Strike! Ja, das war auch mein Plan, aber... Okay, ich glaube, sie ist immer noch zu schnell! Warte mal! Ach so, warte mal! Ist das jetzt passiert, oder was? Ja! Ah, wir können uns gegenseitig die Pause verhauen, oder was? Ja, jetzt lass mich! Hallo! Auf wie viel hast du nur deine gestellt, weil... Ich hab sie jetzt auf ungefähr 20 gestellt! Ich bin immer noch zu schneller, als ihr wisst! Okay, warte mal... Äh, nein! Ich versteh den, ich mach's nochmal auf 30 und schau mal... Hey, doch, wir haben's... Und gut! Kommen Sie rein! Ja, mal schauen! Oh, die ist ja schnell! Es muss einen Weg geben! Okay, warte! Ey, ohne Scheiß! Das war auf 50 gestellt, ne? Ja! Alter, wer spielt denn auf 50? Oh Gott, das wird so peinlich! Und wir kriegen Munition, das war's! Wir kriegen jetzt nur die ersten Gegner! Kugeln! Super! Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten, bevor wir erfrieren! Ach so! Mit E! Ach so! Mit E! Weck! Hallo! Nein, nein, es ist immer noch zu schnell! Tschuldigung! Es ist immer zu schnell! Warte! Lass mich doch mal ganz kurz! Vielleicht muss ich sie auch noch umstellen! Ja, dann hör auf! Weg zum Klick! Ja, ich wollte doch auch gucken! Ich geh jetzt mal auf 20 runter! Auf wie viel hast du bei Counter-Strike deine Sensitivität? Ich hab die bei... Ah, 9,65 bei 1600! Oh, lol! So, jetzt passt! Ah, jetzt passt! Es ist so ein liebniswert! Rezeptabel! Okay! Ah! Links gibt es schon! Ich glaub, du musst... Äh, einfach rechts! Rechte Taste! Äh, linke Taste! Oder? Hä? Hallo? Ach so! Klingt nur die Sprache! Ich hab einfach drauf geschossen! Ihhh! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Die Maus ist viel zu schnell! Oh Gott! Die Maus ist viel zu schnell bei mir! Ich hab eine Wege lang gebunden zu! Ja, warte doch mal! Ich hab halt meine in CS eigentlich auf 1,7! Aber ich weiß nicht bei was für einer Einstellung von der Maus! Sie suchen nach einem Zylinder von etwa 5 Meter Länge! Können Sie ihn sehen? Ja bestimmt! Wie mach ich das? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Auf Einstellungen und auf Audio! Und dann... Das ist Lautstärke! Äh, ne du kannst sie nicht um... Spieleinstellungen! Ne, du kannst sie nicht, äh... Wahrscheinlich irgendein Hauptmanager oder so. Ist es über Spieleinstellender richtig? Ich spiele es auf Englisch! Was ist denn? Was ist denn? Du kannst, äh, zentrieren und klassisch bei, äh... Zielen einstellen! Ja! Wuh! Was? Wo? LOL! Sobald du in meinem Weg stehst, kann ich nicht mehr schießen! Ich kann nicht auf dich schießen! Ja! Schau! Versuch mal auf mich zu schießen! LOL! Ein Peinwurf! Und was ist das? Wo? Wir zählen im Spiele ist wie ein Schatz! Bestimmt! Wuh! Scheiße! Auf hinter dir! Hinter dir! Okay... Ich bin so nicht gebrochen! Boah! Und du kommst mit Steuerung und links und rechts! Steuerung? Uh! Nice! Oh, das ist vollstre... So... Alter, ist der... Ui! Ach, das bist du! So! Scheiße! Ich kann mal mit dir... Da war doch einer! Ha, ich hab den den Kopf abgeschossen! Und der ist weggerannt! Das Ding ist... Wir sollten uns angewöhnen, auf die Gegner noch mal drauf zu stre... äh, treten, weil... Oh Gott... Ich gehe als erstes hoch, wa? Ja, das findest du ja. Du wirst mehr leben als ich. Partner braucht mehr Platz? Oh, du bist ja... Du musst zu mir kommen, du musst zu mir kommen, hallo! Wer war das? Wer war das? René war das. Oh, Mann. Hallo, du musst mit mir halten! Wo ist denn du denn? Hier, wo ich stehe! Warte auf Partner! Ich wollte, dass ich da oben kommt, das ist der Lager. HALTEN! Du musst eh drücken! HALTEN! Der wird doch bestimmt gleich lebendig, ey. Nein, ist schon... Genau, ja, genau, Mann! Ähm... Okay, ich bin gesichert, du? Finn! Wo sind die? Hey, da ab dich! Ich hänge an einer Feldwand, aber ich habe... Okay, auf Umschalt kannst du springen. Ja, das ist ja... Huh! Huh! Wieso bist du schneller als ich? Huh! Oh nein! Nein! Ich bin tot! Oder? Nee, doch nicht! Huh! Ich komme gleich, ich bin in den Midnight-Sale, wenn du das machst. Das Wort geht ja nicht mehr, wenn du das lebst. Nein! bist du tot also ich lebe noch kann man da überhaupt sterben bei tumpel welche 20 mal gestorben naja das hing an dem ding dran es ist ein spiel man wo die heiligen ja aber wir haben keine medikatz er hat es uns so dass jeder er hat die stadt serrano schenken es ist die 2013er grafik die schon alle grante ich es kommt mit gott von dieser patriotische musik im hintergrund die hausse steht jetzt dann natürlich schön zuhören genau na wir haben das jetzt alles überlebt nur dass man es jetzt umbringen kann super was ist jetzt du oder ich der gestorben ist denn er war ist sie was für ein uhrensohn lol es hat bis jetzt macht voll Ja, wir müssen noch ein Mist eingebaut. V.a. das Ding ist, was machst du? Ich hab gerade nur ein Mist, was ich gemacht habe. Okay, tschuldigung. Ich hab den Fokus auf den zweiten Bildschirm gezeigt. Ich hab den Fokus auf den zweiten Bildschirm gezeigt. Ich hab den Fokus automatisch passiert dann. Alles okay, ich mach Sachen gerne. Brüder und Schwester! Das Zeitalter der Menschheit drängt sich dem Ende hinzu! Das ist cool. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt war es nicht schlecht, dass man Dead Space 1 und 2 gespielt hat, dass man es verstärkt kann. Hast du die nicht gespielt? Na, Himmels 3 gespielt. Ach was? Ich weiß nur, dass der Typ da volle Motherfucker sein soll. Also voller Profi. Ja, ja. Wer hat da irgendwann erklärt, was die Dings sind, die sie alle am Rucken haben? Dass sie diese Lebensanzeige, was das eigentlich genau ist? Keine Ahnung. Dafür bin ich zu lang raus. Wann kam Dead Space 1 raus? Da hab ich's gezockt. Keine Ahnung. In Jahr 2000 sollten wir schon ein bisschen... Hä? Okay. Guck mal, das bin ich. Oh, das hätt... War das jetzt... War das jetzt der Aussage dafür, dass ich so blöde Schmäulung schon mal brauche? Haha. Wer zum Hacker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Und den spritz und ich spritz nicht klar, oder? Also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier! Wir haben einen Job für Sie! Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich einen anderen PSM-Sportkommando! Haben wir! Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen Sie suchen. Herrlich. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unithologen sind in die innere Wartehalle vorgekommen! Wir können Sie nicht stoppen! Herr, und zwar Sie seid davon! Wir müssen los! Sie ist ganz allein da draußen einzig! Und ich kann ihr nur helfen, denn sie mir helfen! Okay. Das war 2013 schon Klischee. Ja. Aber wie Gott, er hat das Leben verloren, dass du mir niedergeschlagen hast? Was? Mein Leisten ist immer voll! Na warte, das kriegst du zurück! Irgendwas lassen wir einfallen! Wenn überhaupt einer! Wir spielen doch! Wir sind doch die, die den Isaac niedergeschlagen haben! Ich bin der! Ich bin der Isaac von mir! Lol! Ich bin der Rote, der dich niedergeschlagen hat! Ähm! Hi! Warte mal! Und zwar, pass auf! Ich muss einmal ganz kurz so pausenmäßig machen, damit ich nicht irgendwie eine Drei-Stunden-Aufnahme habe, glaube ich! Das heißt, ich stelle mir jetzt einen Wecker immer wieder! Und pausiere alle halbe Stunde dann einfach! Hör jetzt auf! Ach so! Ah! Was ist der Zweite? Das Zweite? Irgendwas mit Mahn oder der Zweite Kreis rechts, oder? Der Zweite Kreis rechts? Was? Wo bist du? Ach so! Ach so! Ach so! Okay, warte mal! Also, pass auf! Äh! Timer! 30 Minuten! Weil, dann mache ich jetzt nämlich einmal kurz Aufnahmenende! Und dann wieder eine Aufnahmeanfang! Weißt du? Voll gut, ne? So! Warte mal! Zum Schluss!